Willkommen bei JANITOS! Das ist Ralf. Ralf ist Versicherungsmakler und würde seinen Kunden gerne eine Hausratversicherung anbieten, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden angepasst werden kann. Aber wie? Im Internet findet Ralf die JANITOS-Versicherung. Und die bietet Hausratversicherungen, die um einen Schutz vor Cyberrisiken, Elementargefahren, Glasbruchschäden, Fahrraddiebstahl sowie einer Multi-Garantie ergänzt werden können. Auch grobe Fahrlässigkeit ist bei JANITOS gleich mitversichert. Mit der Best Selection Produktlinie hat der Kunde eine Neutarifgarantie und erhält zukünftige Tarifverbesserungen automatisch. Leistungen aus seinem vorherigen Tarif sowie Risikoänderungen wie ein Umzug in eine größere Wohnung sind durch die Multi-Garantie immer abgedeckt. Toll ist auch, dass bei Notfällen Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sowie Schlüsseldienste abgedeckt sind. Ralf freut sich über maximalen Schutz, denn mit JANITOS kann er innovative und individuelle Hausratversicherungen anbieten. Und seine Kunden sind begeistert. JANITOS, der Maklerversicherer aus Heidelberg.